ein steak wie haben wir jetzt insgesamt ich hab 14 und du hast ich weiß es nicht ich schätze es einfach mal dass wir das so können 13 13 plus 14 49 49 kommen wir na gut dann müssen wir noch ein bisschen sohn habt ihr denn nichts mehr im lager nein würde nicht den ständigen töten töten stirb hey würde nicht den töten 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 scheiße das kann weg naja wie geht es dir das kann weg und nicht schon wieder ein krebsal du kotzt mich an ich glaube ich wollte den Namen machen hey creeper ist ja ganz schön im grün angelogen ey creeper da auch hier neben mir zu explodieren das nervt wie viele Pilze hier sind voll krank hier creeper hier sind ja voll krank schon wieder einer das kann doch nicht wahr sein ich hab die spawn-rate wieder zurückgestellt ne also ich bin diesmal nicht schuld nie das ist minecraft das ist der server voll e ich hab gold ich hab gold ich hab gold ich hab gold wir müssen eine gemeinsame kollision binden und so wie ein kreiber hallo wie geht dir oh das war nicht mein gesetzlich der war auch die berühmung gesetzlich verboten ich verbiete alle explosionen in dieser welt alter wie viel kohle hier ist krank äh ich muss ja nicht mehr kreiber jetzt aha dann kann ich jetzt die kreiber eigentlich müssen jetzt noch hier das ist gefährlich das ist gefährlich ich muss den englermann erst mal töten ich habe jetzt vier und ich war wie geht es hier aha also scheiße gut dass wir das noch geklärt haben jetzt haben wir haben jetzt nicht steckt guck mal mein kopf schön ne da vielleicht noch was hinstellen und da noch was hinstellen da unten vielleicht noch was wenn du es nicht weg magst dann gibt es ärger was denn diese scheiß headkommend ja das wird als nächstes geblockt gut gut als ich meinen normalen Händler dann block auch slash ender chest slash fly und so nee ist ja schweig kommt man immer aus dem Loch raus ich hab schon ein 3 jetzt haben wir wirklich genug denke ich mal ne ich weiß nicht wie viele wie viele schienen das wir brauchen redstone lapis ja noch mehr gold guck mal hier bin ich ich bin wieder am anfang wo wir reingekommen sind ach ich bin die ganze zeit am anfang und baue hier redstone ab ich brauche die ganze ding ich glaube das redstone bauen wir nicht mit glück 3 ab das lohnt sich nicht wir haben zu viel zu viel zu viel man kommt bis die kiste voll ist danach dann nicht mehr oder bis die kiste voll ist ja ja bis die kiste voll ist können wir doch das ausschöpfen oder bis die kiste voll ist er verschwinde nicht kohle man da nicht ach da ist starry starry dann kohle kohle nein kohle kohle nein ich habe mich verdoppelt ich bin ich auch könnte sagen wir wieder zu nahmen am mikrofon gewesen wenn wir so wie es ist mit dem kommen mit dem mikrofon noch ein bisschen um und geht es an uns wie viel die schiefen sie sich nicht mehr so muss er bei einer ich habe jetzt sind sie müssen zu können immer noch 13 ok nein mein Diamant-Harnisch ist weg ich fasse es nicht warum ist der weg der ist kaputt gegangen wegen den Drecksviechern hier wie schnell geht der kaputt bei dir toll ich weiß nicht warum ich die ganze Zeit Schaden bekomme wie schnell geht der bei mir kaputt bei mir zählt gerade Geld aber ich hätte ihn doch weglassen sollen ich habe noch gar 87 muss ich halt wieder rein investieren ist halt Pech ich müsste mich langsamer wieder ran machen und ich meine Hose und das andere geht ja noch lapis in der Höhle lapis in der Höhle schön und ja und der Urfläche wäre ein bisschen komisch so der Ratzstein hat die Höhle ich habe einen lapis in der Höhle der kann sein nämlich in mir hat sogar die Erde von der Höhle die Beratung ja aber 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 lapis müssen wir mit Glück drei abbauen also das muss man schon sagen aber 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 ich bin in Lava gefallen das ist nicht lustig aber nicht dran ich habe Unempfindlichkeit gegen Hitze den Trank da der Zami läuft die ganze Zeit im Kreis und du springst dann auf ihn zu den müssten wir mal rein tun den Trank den müssten wir mal zu uns nehmen Feuerresistenz und dann mal unter den Lavasee tauchen ob da Diamanten sind ich mache es nicht das mit zu warnen ja weil du hast ja Feuerresistenz du kriegst ja keinen Schaden trotzdem ist es heiß ja und aber du kriegst gar keinen Schaden wie lange müssen wir noch in der Mine sein bis wir das Gold haben bis wir das Gold haben bis wir fertig sind bis wir fertig sind man kann nie genug Gold haben Näh heh 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 2 2 3 6 3 4 8 3 4 5 5 4 5 5 5 Na, Zombie-Spawner. Na, wie geht's euch? Gut, ne? Ja, ich mag euch auch. So, ich nehme hier mal als die XP mit. Ich glaube, hier ist doch ein Skelet. Ein Skelet liegt auf dich. Ich hab schon wieder einen Zombie-Spawner gefunden, wer das wissen will. Ja, hinter dir. Genau hinter dir. Der nicht, der... Ich kann jetzt wegschreiben. Ne, das war ich. Ich hab einen Zombie-Spawner gefunden. Nein. Den nächsten in der Liste. Oh, brauchen wir nicht. Das können wir ja bald für jeden eine XP-Maschine machen. Echt mal. Ja, toll. Oder wir nehmen die Spawner mit, um unsere XP-Maschinen zu verdoppeln. Ja, das geht ja wohl nicht. Du musst du mal einen Plug-in oder einen Mod installieren. Ne, der war nur der. Aber ich hab auch Reisen. Ich kann dir auch sonst... Wenn du ein Stück Holz für mich hast, vier Stück. Du hast sehr viele Hölz. Ne, ne, ist egal. Jetzt haben wir das... So viele höchzerne Stücke. Ja, ich hole mir da jetzt noch den Mossi raus und dann... Wir gucken mal, das wird ja reichen bestimmt. Ja. Ja, also für mich reicht's. Das Gold. Ich habe noch 20 Minuten nur noch. Ja. Und dann schiegt's ja eigentlich schon mal ganz gut aus. Hier unten haben wir obsidieren. Aber es dauert jetzt eine halbe Stunde, das zu brennen. Na du... Die hässliche Musik schon wieder. Na, Marcel, ist du doch noch gekommen? Nein. Aber... Ich weiß nicht ganz schön nicht an. Nein, die Musik, die Musik ist hässlich. Die Musik ist hässlich. Da will ich nicht hin. Ich mag die Musik hier nicht. Da bist du hergekommen. Was? Sag mal so. Boah, Wallumpi. Ah, Wallumpi. So, wo ist denn hier jetzt der... Oh, da geht's noch was. Ah, Wallumpi. Oh, Creeper. Wallumpi. Das sind meine, dass ich das irgendwann mal gesagt haben soll, was gar nicht wahr ist. Ja. Hast du aber. Und Marcel auch. Ah, Wallumpi. Ja, das habe ich schon mal gesagt. Ja, guck. Das ist aber, wenn ihr mir wahnsinnig das gesagt habt. In der letzten Aufnahme. Ach ja. Ach ja. Ach ja, genau. Das kann ich sein. Ja, irgendwie wollen wir sowas weiter. Wir beide haben das gesagt. A Wallumpi. A Wallumpi. Äh, die war ich wohl noch nie. Irgendwas. A Wallumpi. A Wallumpi. A Wallumpi. A Wallumpi. Ich hab dir nicht das Gefühl, dass ihr beobachtet werdet. A Wallumpi. Okay, lass mal, lass mal alle, alle Goldärzte zu Kevin geben, oder? Nee, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir, gib sie mir. Ja, mach. Nee, ja, irgendeinem gegeben, damit wir sammeln können. Damit ihr wisst, wie viele wir haben. Gib sie mir. Ich meiß es einfach auf einmal hin. Gib die mir. Ey. Jetzt schmeiß es halt hin. Ja, gib. Ja, gib das das. Sind das jetzt mir, oder? Gibst du mir? Gib jetzt. Gib her. Gib es Kevin. Gib du her. Nein, gib du her. Den kann ich ja nur die ganze. So, jetzt haben wir 64. Okay, den Rest kannst du mitnehmen, wir haben mehr wie 64. Ah, danke für die 6. Die sind mir. Also das heißt, es reicht. Wir haben in einer einzigen Aufnahme alles besorgt, was wir gebraucht haben. Nicht so wie Gronkh, der da einfach mal 5 Jahre wieder braucht. Gronkh! Und wir werden jetzt natürlich ganz klassisch den Ausgang suchen. Oh. Achja, ich hab ihn gefunden. Haha. Ja, nicht raus TP'n. Ich hab mal mal gefunden, Mann. Ich stand genau nebendran und hab mich nach Hause geteleportiert. Ja. Ich bleib einfach mal bei Kevin. Ich bleib einfach mal bei Kevin. Ich sag mal auf. Boah, ich bin hier noch gar nicht. Weg, guck, zack. Ach, jetzt bin ich da. Ah, hallo. Hallo. So, dann tue ich mal hier jetzt. Also ich hab ihn ins Markt. Erz und tue ich jetzt ein Diamant-Erz da rein. Och ne, ich muss nur noch alles startieren. Dann darf ich noch drauf rein. Ein Erz, ein Kohle-Erz, ein Eisenerz. Was gibt's noch? Ja. Oh, auf Satien hab ich jetzt ja richtig gewusst. Achja, ein Gold-Erz noch. Ich hab jetzt alle ersten Drecksdiamant-Harnisch nochmal in Chantan. Kult, Marag, Diamant. Äh, wo kommt hier Dings rein, wo sind die Korin? Bei Pflasterstein? Chantan-Fu. Ja, Pflasterstein. Bitte. Hey. Hey, hey, bitte. Ich muss zu der Ofenwand hier. Nee, gar nicht. Deutschofenwand. Ich Ja, da war's. Jetzt fach ich mir mal mit Chantan- und Aktion- und Tum. Ich kann mir mit Chantan- und Tum. Ich kann mir mit Chantan- und Tum. Ja, ich kann mir mit Chantan- und Tum. Ich kann mir mit Chantan- und Tum. Ich kann mir mit Chantan- und Tum. Ich will jetzt gucken wir mal wie viel Chantan- und Tum. Das ist ja lustig. Okay, ich entscheide mal den ganzen Mülligen zu. Was ist denn, ich bin zu dem Mönnen, die mann durch meine küsse noch die auch kies brennen genauso wie gold schnee gold nicht da bin ich nur jetzt mal lapis als aber 1 ich heiße so ich hab mal schnell die playlist wieder um gebaut und gleich mal die musik von bobe klubs wird bekommen nämlich schon rein den eisen wohl nicht mehr hier hinten ja ja da ist aber nicht der steinzeug das ist da rein also ich glaube die ganze kohle die müssen wir abbauen das mal das mal ich will auch meine ip ich will mein diamantanisch wieder um den komplett zu reparieren brauche ich 32 ich bin 23 brauche nur 30 ja ich brauche nur 29 dann ist er wieder komplett bis auf ein bisschen 47 und vor 103 da steht doch alles dran du musst nur lesen kann man machen also ich brauche noch 21 level dann warte ich dann aber ich lage so wiesig und so cool 21 level brauche ich noch dann lass ich den mal weg da lass du die gold und smarag kevin 21 21 level die brauchst du noch ich baue nur noch 7 gut dann machst du die 7 level und den rest baue ich ab so muss ich schon wieder ein bisschen mit glück 3 kriegst du mehr ep weißt du ja eigentlich ja schon eigentlich nicht da bekommst du halt aus jedem block ep ja das ist die regel ja da gibt es halt auch mehr jeden block ep also kriegst du mehr was mit 3 aber ich bin zurück um meine sachen zu holen ich habe die doch aus der ender chest raus also für den fall dass wir mehr platz brauchen aber jetzt habe ich hier auch meine glück 3 spitzhacke ich habe meinen speck sortiert bist du der mit reichen ist da brauche ich die mich wieder wieder ach so deshalb meinst du den neuen boden machen soll können weil ich noch koppel drin ist gelb stein kannst du auch abbauen was macht es zeugs hier drin denn das ist gelb stein zeug und nicht ja keine ahnung egal dann du den geld links da drüben über den gelb stein drüber hier über macht den hier dahin dahin damit es nicht so drei kilometer weit entfernt ist dieser zeug dings oder gelb stein wie du es nennst